Er hat mir 1.500 Euro geschickt. Mir 500 und dir? Ähm, ich, ähm, gar nichts. Hast eh genug. Doch, ich will dir schon was geben. Ich kann mir endlich die PS5 kaufen. Was? Echt? Ja, was hat deine Seelenverwandte dir gesendet? Ähm, gar nichts. Was ist das denn für eine Seelenverwandte? Vielleicht hat sie einfach nicht so viel Geld oder so. Oder sie ist einfach scheiße. Oder beides. Bro, sie hat dir nie was gesendet. Du bist vielleicht zu gutmütig. Ich weiß, deine Sorgen zu schätzen, aber alles ist gut, okay? Geht nicht gleich dein Flieger? Ja, ich muss jetzt auch gleich los. Ich find's krass, dass du nach der Schule noch Business, Business machst. Danke. Hallo? What? Mein ganzes Konto wird gehängt. Alles ist... Ich weiß, 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 ich weiß Untertitelung des ZDF, 2020